Für nichts nachgefragt. In Berlin bei Christoph von Marschall, dem Leiter der Redaktion Meinung vom Tagesspiel. Einen schönen guten Tag, Herr von Marschall. Grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, ein Geisel-Deal steht kurz bevor. Über eine Feuerpause wird weiter verhandelt. Warum dauert das alles so lange? Weil es eine sehr, sehr schwierige Abwägung ist. Und ich glaube, das müssen wir uns hier in Deutschland auch klarer machen. Natürlich ist da erst mal die Erleichterung, dass es diese Chance gibt, dass erst mal 50 Geisel, dann hoffentlich mehr, nach Hause kommen. Umgekehrt bei den Palästinensern, dass erst mal das Bombardement und der Krieg unterbrochen wird. Aber für israelische Regierung ist diese Abwägung so wahnsinnig schwer, weil das, was gerade der Ministerpräsident versprochen hat, man bringt die Geisel nach Hause und man setzt die Hammers unter Druck. Das geht eben nicht beides gleichzeitig. In dem Maße, in dem die Kriegshandlungen unterbrochen werden, wird die Hammers sich reorganisieren. Und man muss es so hart sagen, wenn man jetzt Menschenleben rettet, Geiseln, wird man dafür andere Menschen indirekt zum Tode verurteilen. Nämlich alle, die sterben werden, weil die Hammers eben in der Zeit nicht bekämpft wird. Und das ist diese schwierige Abwägung, die Israel zu treffen hatte. Und daher auch die Verzögerung. Schwierig kommt hinzu. Es wird darüber gesprochen, dass es ein Austausch-Deal, 50 auf der einen Seite Israelis, die aus dem Gazastreifen rausgeholt werden, im Austausch gegen 150 inhaftierte Hamas-Kämpfer, die in Gefangenschaft sind. Ein Austausch-Deal, 1 zu 3, da kann man auch sagen, das lohnt sich für die Hammers richtig. Naja, es hat schon ganz andere Missverhältnisse gegeben. Wir haben erlebt, dass Israel für einen Soldaten, der in Hamas-Haft war, 100, über 100 Menschen aus den Gefängnissen entlassen hat. Wir haben sogar gesehen, dass Gefangene entlassen wurden, nur damit Israel einen Leichnam eines getöteten Soldaten zurückbekommt. Und da sehen wir eben, wir Deutsche möchten gerne glauben, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist. Aber das ist nicht die Realität. In Demokratien sind Menschenleben wesentlich mehr wert, als in autoritären Gesellschaften oder in einer Terrororganisation. Die Hamas nimmt ja keinerlei Rücksicht auf die palästinensischen Zivilisten. Sie opfert die, weil sie glaubt, dass es je mehr palästinensische Tote es gibt, umso mehr Israel unter Druck gerät. Das ist also ein komplettes Missverhältnis zwischen der einen Seite, Israel, eine Demokratie, ein Rechtsstaat, und der Hamas, eine Terrororganisation. Herr von Maschal, Sie sind aus Berlin zugeschaltet. Wir wollen natürlich jetzt auch ins Inland schauen. Auch da gibt es eine oder viele Themen, gerade das Thema der Haushaltsberatung, die für die kommende Woche verschoben worden ist. Ein ungewöhnlicher, vielleicht sogar historischer Vorgang nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Wie reagiert das politische Berlin auf diesen Schlamassel? Ja, es tut sich offenbar sehr, sehr schwer, die Realität zu akzeptieren. Die sind, glaube ich, immer noch in der Bewältigungsarbeit, im Trauerschmerz. Die Dinge sind relativ einfach. Man kann das Budget, den Haushalt nicht weiter so planen, wie das vor dem Urteil war. Es wird keine Abkehr von der Schuldenbremse geben. Es wird auch auf die Schnelle keine Steuererhöhungen geben. Das Einzige, was also bleibt, ist im Haushalt jetzt zu sparen und manche Ausgaben, die die Grünen haben wollen, für die Klimapolitik zu strecken. Und ich meine, das ist jetzt auch gar nicht so schwer, denn es gibt einen relativ simplen Maßstab. Und der ist das übrige Europa. Dinge, die Deutschland macht und vielleicht aus guten Gründen macht und wo es gerne vorangehen möchte, ob das bei der Kindersicherung ist, ob das beim Klimaschutz ist, das sind alles Ziele, die man begrüßen kann und die man auch gerne vorantreiben will. Aber wenn andere Staaten ihre Klimapolitik schaffen, ohne so wahnsinnig viele staatliche Milliarden in die Subventionen reinzugeben, dann müsste das auch Deutschland möglich sein. Das ist natürlich schwierig für die Parteien, die mit diesen Projekten geworben haben. Im Augenblick trifft es vor allem die Grünen sehr, sehr schwer. Aber diese Annäherung an die Realität ist nötig und sie ist möglich. Wann immer Deutschland nicht weiter weiß, kann es sich bei seinen europäischen Partnern umschauen. Es ist unwahrscheinlich, dass wenn Deutschland eine Politik verfolgt, die andere nicht verfolgen, dass dann Deutschland auf Dauer richtig liegt und alle anderen irren. Schauen wir mal, ob die Ampel das aushalten wird, das Thema. Blicken wir, weil Sie es auch gerade schon angesprochen haben, die europäischen Nachbarn, blicken wir ins Nachbarland in die Niederlande. Dort wurde gestern auch gewählt und ja, dieses Ergebnis spült den PVV-Politiker, den Rechtspopulisten Gerhard Wilders ziemlich weit nach vorne, hat sein Ergebnis verdoppelt. Was wird dieses Ergebnis, was wird die Regierungsbildung in den Niederlanden, die ja noch so in der Form bevorsteht, aber was wird das für Deutschland und besonders für die EU und für Europa bedeuten? Es sendet Schockwellen weit über die Niederlande hinaus nach Deutschland in die Europäische Union. Ich meine, wir kriegen einen kleinen Vorgeschmack, was nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen droht und womit wir es zu tun haben werden. Und es gibt zwei Botschaften aus diesem Wahlergebnis in den Niederlanden. Die alte Regierung war in der Migration zerbrochen. Auch jetzt war Migration, irreguläre Migration das Hauptthema, das die Proteststimmen Herrn Wilders zugetrieben hat. Politische Regierungen der Mitte müssen dieses Thema wesentlich ernster nehmen. Sie müssen aber auch Ergebnisse erzielen, dass die Migration besser unter Kontrolle bekommt. Sonst wird sich das fortsetzen. Und die zweite Botschaft ist, man kann Herrn Wilders heute in den Niederlanden aus der Regierung heraushalten und irgendeine Form finden, wie man das anders macht. Das wird man auch in Deutschland anfangs können. Aber das Ignorieren und Heraushalten der Proteststimmen ist keine Dauerlösung. Am Ende wird man Politik verändern müssen. Und am Ende werden sich die Mitte-Parteien auch überlegen müssen, wie sie mit den Rechtspopulisten umgehen. Nur Aussperren, nur Brandmauer wird auf Dauer nicht gehen. Es ist eine vorübergehende Lösung. Christian von Marschall mit seiner Meinung vom Tagesspiegel uns zugeschaltet, aus Berlin in Phönix nachgefragt. Vielen Dank für die Einordnung und die Zeit. Sehr gerne.